Liebe Zuschauer, hier ist wieder Ihre Emma Stapel und ich darf Sie recht herzlich zu einer neuen Sendung von DSTV begrüßen. Seit der Eröffnung des Hauptverfahrens zum Verbotsantrag gegen die NPD geben sich die etablierten Parteien wieder verstärkt der Hoffnung hin, sich die nationale Oppositionspartei rasch vom Halse schaffen zu können. Mit der Terminfestlegung für die erste Verhandlung Anfang März in Karlsruhe überschlägt sich die Berichterstattung in den etablierten Medien. Der Tenor und die Hoffnung des antragstellenden Bundesrates scheinen zu lauten, die NPD sei praktisch schon so gut wie verboten. Die behauptete Verfassungswidrigkeit stünde der Partei förmlich auf die Stirn geschrieben. Doch was ist wirklich dran an den Vorwürfen? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein Verbot tatsächlich? Wir haben diese Fragen für Sie in unseren Faktenchecks NPD-Verbot gründlich geprüft. Erste Behauptung. Es gibt eine Wesensverwandtschaft von NPD und historischem Nationalsozialismus. Fakt ist, das politische Wollen der Nationaldemokraten unterscheidet sich wesentlich von dem der NSDAP und dem des historischen Nationalsozialismus. Die NPD ist eine ausgesprochene Friedenspartei, die keinerlei Expansionsbestrebungen zulasten anderer Völker das Wort redet. Vielmehr ist die Achtung vor der Souveränität anderer Nationen wie auch die Erlangung eigener nationaler Selbstbestimmung ein zentraler Bestandteil der NPD-Programmatik. Zum Staatsverständnis der NPD gehören die Verwirklichung von wirklicher Meinungsfreiheit, Gewaltenteilung und richterlicher Unabhängigkeit, somit also die Umsetzung von Grundrechten und freiheitlich-demokratischen Prinzipien, die in der BRD nur unzureichend realisiert sind. Die NPD will gerade keinen totalitären Staat errichten, sondern versteht sich vielmehr als Rechtsstaatspartei, die sich insbesondere für die Stärkung direkt demokratischer Elemente einsetzt. Freiheitlich und demokratisch ist die NPD auch innerlich aufgebaut. An der Spitze der Partei steht kein unumschränkter Führer, sondern ein vom Parteitag gewählter Vorsitzender mit einem Vorstand. Die politische Willensbildung geht von den Mitgliedern aus. Zweite Behauptung. Das politische Handeln der NPD beeinträchtigt das demokratische Leben. Fakt ist, was uns als Beeinträchtigung demokratischen Handelns oder als Einschüchterung vorgeworfen wird, ist nichts weiter als das, was den Parteien in Artikel 21 des Grundgesetzes vorgegeben wird, also die Teilnahme an der politischen Willensbildung des Volkes. Dabei steht die NPD für einen offenen und pluralistischen Meinungsaustausch, vor allem aber lehnen die Nationaldemokraten Gewalt als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele strikt ab. Wenn die Demokratie in Deutschland gefährdet ist, dann beispielsweise durch Berufsverbote oder Nichtzulassungen von Kandidaten zu Wahlen, also durch Maßnahmen, die von den etablierten Parteien gegen Angehörige der nationalen Opposition zunehmend ergriffen werden, um den freien Meinungsaustausch zu unterbinden und die eigene Machtposition zu festigen. Dritte Behauptung. Die Ideologie der NPD führt zu rechten Terror, wie die im November 2011 aufgedeckte Mordserie des nationalsozialistischen Untergrundes NSU zeigt. Fakt ist, bereits im Februar 2012 sah der damalige Generalbundesanwalt Harald Range keinen Zusammenhang zwischen der Terrorzelle und der NPD. Es ist nach unseren Erkenntnissen nicht so, dass die NSU der militante Arm der NPD wäre, so Range gegenüber dem Fernsehsender Phoenix, wobei er zugleich Hoffnung auf ein erfolgreiches Verbotsverfahren dämpfte. Vielmehr zeigte sich seitdem zunehmend eine noch lange nicht vollständig aufgeklärte Verstrickung des sogenannten Verfassungsschutzes und seiner V-Leute in den Fall. Zudem greift der linksextremistische Straßenterror wie jüngst in Leipzig immer mehr um sich. Anschläge auf Fahrzeuge, Wohnungen und die körperliche Unversehrtheit gewählte Abgeordneter, nicht nur der NPD, gehören inzwischen zum Alltag. Aber auch der immer stärker wachsende islamistische Extremismus und Terrorismus stellen die öffentliche Sicherheit zunehmend in Frage. Wegen der NPD musste noch kein internationales Fußballspiel abgesagt werden. Vierte Behauptung. Die NPD will alle Ausländer gewaltsam vertreiben. Fakt ist, alle Forderungen der NPD im Themenbereich Ausländer-, Einwanderungs- oder Asylpolitik sind im rechtsstaatlichen Rahmen einwandfrei umsetzbar. Niemand soll gewaltsam vertrieben werden. Die Nationaldemokraten fordern vor allem die Anwendung des geltenden Aufenthaltsrechtes, so zum Beispiel die Abschiebung vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer, die Anwendung völkerrechtlich verbindlicher Verträge zum Schutz unserer Außengrenzen, Stichpunkt Dublin-Abkommen, und die Rückkehr zur grundgesetzlich verankerten Drittstaatenregelung im Asylrecht. Nicht die NPD ist es, die geltendes Recht bricht, sondern die Bundesregierung mit ihrer gegenwärtigen Asylpraxis. Fünfte Behauptung. Die NPD ist eine rassistische Partei. Fakt ist, die NPD achtet die Angehörigen anderer Völker und pflegt seit Jahrzehnten internationale Kontakte. Sie setzt sich nur mehr als andere Parteien für die Belange des deutschen Volkes ein. Wenn etablierte Politiker das Wohl der Deutschen aus den Augen verloren haben oder bewusst missachten, sind sie es, die gegen den Geist des Grundgesetzes verstoßen. Die Nationaldemokraten wollen die Vielfalt der Völker erhalten und Menschen unterschiedlicher Herkunft vor dem Verlust ihrer nationalen wie kulturellen Identität und ihrer Heimat bewahren. An diesem Streben ist nichts rassistisch. Keinem Individuum und keinem Volk wird hierdurch seine Daseinsberechtigung aberkannt. Ganz im Gegenteil setzt sich die NPD damit doch in besonderem Maße für die Wahrung der Menschenwürde ein. Sechste Behauptung. Das Verbot der NPD ist so gut wie sicher. Fakt ist, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, das Hauptverfahren jetzt durchzuführen, basiert lediglich auf den unbewiesenen Behauptungen des Bundesrates. Eine inhaltliche Bewertung des politischen Wollens der NPD liegt dem nicht zugrunde. Auch über die sogenannte V-Mann-Frage oder den strittigen Punkt der Kontaminierung der vom Bundesrat vorgelegten angeblichen Beweise durch staatliche Einflussnahme hat das Bundesverfassungsgericht noch nicht entschieden. Nach wie vor kann das Verfahren also bereits an den im gescheiterten ersten Verbotsverfahren gegen die NPD festgelegten Verfahrenshindernissen scheitern, weshalb die Erörterung derselben auf der Tagesordnung des Verhandlungstermines im März stehen. Darüber hinaus ist nach wie vor die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte zu beachten, der wesentlich strengere Vorgaben für den Ausspruch eines Parteienverbotes macht und dabei insbesondere auf die Verhältnismäßigkeit einer solchen schwerwiegenden Maßnahme abstellt. Sie sehen, liebe Zuschauer, in puncto NPD-Verbot ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Nicht nur aus Sicht der Partei selbst, vielmehr im Interesse eines jeden Bürgers, dem die Meinungsfreiheit am Herzen legt, ist zu wünschen, dass wir ein faires Verfahren erleben werden. Geht es gerecht zu, kann am Ende nur der Sieg des Rechtsstaates über die Willkür der Herrschenden stehen. Meinen Sie nicht auch? Bitte unterstützen Sie weiterhin unser Projekt DSTV. Entweder durch ein Abo der Deutschen Stimme oder durch eine Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung. Vielen Dank an alle, die wieder aufmerksam zugeschaut haben. Bis demnächst, Ihre Emma Stapel. Jahrhundert